Bezahlt Ihr Mieter wieder einmal nicht pünktlich die Miete? Oder waren Sie in einen Verkehrsunfall verwickelt? Die Anwaltskanzlei Dr. Eickel-Pasch, Gering, Herzog und Kollegen steht Ihnen als Ihr kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner an dem Standorten Gundelfingen, Burgau und Günzburg mit einem Team aus 10 spezialisierten Rechtsanwälten in allen Rechtsfragen zur Seite. Wir kämpfen für Ihr gutes Recht.